Ja, liebe Zuseher, gut hinsehen, denn so wird der Möbelmeier Schauraum in Scherding zur nächsten Hausmesse am 28. und 29. April nicht mehr aussehen. Nach dem wunderbaren neuen Einrichtungshaus in Ried und dem neu gestalteten Räumlichkeiten in Griskirchen darf sich jetzt auch das Stammhaus in Scherding auf ein komplett neues Outfit freuen. Auf 1200 Quadratmetern werden inspirierende Wohnkonzepte für Sie ausgearbeitet und präsentiert. Mit stilvoller Dekoration und Lichtentwürfen wird der Einrichtung das gewisse Etwas verliehen. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, sein Zuhause schön aufzupeppen. Dabei hilft natürlich die 3D-Planung enorm. Auf diese Weise kann sich der Kunde sofort ein Bild über seine Wünsche und Vorstellungen machen. Natürlich ist das Hause Möbelmeier mit seinen verlässlichen, freundlichen und gut ausgebildeten Mitarbeitern immer auf dem neuesten Stand bezüglich Farben, Beleuchtung, Türen, Fenster, Teppiche, aktueller Wohn- bzw. Küchentrends. Ideal, um sich auf der Hausmesse am 28. und 29. April in Ruhe beraten zu lassen. Natürlich wird auch an diesem Wochenende für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Sie sind herzlichst willkommen!